Liebe Schalke-Fans, wir haben spannende Neuigkeiten direkt von unserer Sportleitung. Schalke hat gerade eine Verpflichtung bekannt gegeben, die für unseren Verein von grundlegender Bedeutung sein dürfte. Aber bevor ich Ihnen alle Neuigkeiten erzähle, abonnieren Sie hier den Kanal, um über alles informiert zu bleiben, was bei unserem Schalke passiert. Königs Blau hat die wichtige Position des Scouting-Chefs besetzt, und diese Verpflichtung ist für unseren Verein von entscheidender Bedeutung. Seit der Beförderung von André Hechelmann zum Sportdirektor im Juni 2023 ist die Position des Leiters Scouting vakant. Peter Knebel machte deutlich, dass die Besetzung dieser Position unbedingt erforderlich sei, da der Leiter Scouting eine entscheidende Rolle in der Strategie des Vereins spiele. Und die Person, die für diese Position ausgewählt wurde, war Christoph Kresse, ein aufstrebender Spezialist auf diesem Gebiet. Christoph Kresse, 31 Jahre alt, begann seine Karriere als Spielanalyst und arbeitete bei renommierten Vereinen wie dem DFB, Arminia Bielefeld, Alemania Aachen und dem 1. FC Köln. Nachdem er seine Wissensbasis aufgebaut hatte, wagte er sich in die Welt des Pfadfindertums und erlangte in Wolfsburg Anerkennung, wo er als Leiter des nationalen Pfadfinderwesens, fungierte. Jetzt bringt er seine Erfahrung und sein großes Netzwerk auf unser geliebtes Schalke ein. André Hichelmann sagte auch, dass sie sich auf die Zusammenarbeit mit Kresse und die Erkundung neuer Möglichkeiten für unser Team freuen. Jetzt möchten wir eure Meinung erfahren, liebe Fans. Wie sehen Sie diesen Neuzugang auf Schalke? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare mit Ihrer Meinung, denn diese ist für Schalke sehr wichtig. Wenn Sie weitere Neuigkeiten von unserem Schalke-Team erhalten möchten, abonnieren Sie den Kanal hier und liken Sie das Video. Zum Nächsten